Jesus Christus, ich habe erkannt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich entscheide mich heute, dir nachzufolgen und mein Leben dir zu übergeben. Ich gebe dir heute mein Leben. Bitte nimm meine Schuld weg und schenke mir bitte das ewige Leben. Ich bitte dich um Vergebung für all meine Sünden. Ich entscheide mich heute, ein Kind Gottes zu sein. Danke, dass du mich annimmst und mich erlöst, rettest und mir das ewige Leben schenkst. Danke. So sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi. Ich entscheide mich heute, ein Kind Gottes zu sein. Ich entscheide mich heute, ein Kind Gottes zu sein. Ich phaseide mich heute, ein Kind Gottes zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020